Hallo da draußen. Hallo. Wie ihr seht, liegen hier ein paar Resenteile. Ich hatte mit der lieben Tanja einen Tausch ausgemacht. Und zwar hatte ich mit meiner Tochter zusammen ein Flipbook für die Tanja gebastelt. Und wir haben uns dafür eigentlich ein Resenteil gewünscht. Aber die hat hier ganz viele. Ja, gestern kam ein Briefumschlag und da waren jetzt mehrere Teile drin. Und ja, erstmal vielen lieben Dank jetzt schon, liebe Tanja, dass du so viele gleich geschickt hast. Damit haben wir eigentlich gar nicht gerechnet, oder? Genau. Ja, und die wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Ich muss auch sagen, eigentlich machen wir gar keine Videos. Bis jetzt noch nicht. Wird vermutlich auch das Erste und Letzte sein, weiß ich noch nicht. Das ist jetzt nur für die liebe Tanja, damit die zugucken kann, wie wir ihre Teile auspacken. Auf alle Fälle, wartest du mal bitte. War hier auch eine kleine Post dabei von der Tanja. Mit so, ja. Kawaii, Häschen, Kätzchen und ich weiß nicht, soll das ein Hamster sein? Ist das da? Jedenfalls sehr niedlich. Dankeschön. Und welches nehmen wir jetzt zuerst? Das hier. Das hier. Mit Rilakkuma. Also nehme ich zumindest mal an, ne? Dass das Rilakkuma ist. Mit einem Entchen oder Küken. Küken, Entchen, ja. Irgendwie sowas. Auch mit Rilakkuma. Und vielen Erdbeeren. Vielen Erdbeeren und so diese, wie heißen sie? Die Jellysteinchen. Und auch Küken. Und das ist ganz doll am Glützern. Ein bisschen kann man es sehen, ne? Unser Licht ist jetzt nicht so toll. Das, was hier im Hintergrund immer so Geräusche macht, ist die Katze. Genau, die Baby. Da hinten drauf ist roter Filz. Und ein kleines Blatt hängt da noch dran. Ein pinke. Sehr, sehr niedlich. Danke, liebe Tanja. Welches machen wir jetzt? Das hier. Mit einem Hundchen. Und da sieht man schon ein Pfötchen drin. Gucken wir einfach mal rein. Einmal ein Magnet. Wie man sieht. Das Pfötchen. Mit, ja, der ist lila. Das Licht ist wahnsinnig bescheiden. Und ein weißer Hintergrund. Der kommt auf alle Fälle an den Kühlschrank. Und ein Anhängerchen, ein Bärchen, ein rosa? Ja. Rosa Bärchen. Mit blauem Glitzeräuglein. Der ist auch niedlich. Den kannst du ja irgendwo an deinen Ranzen hängen oder so. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Tütchen mit dem Bärchen und dem Hase. Ja. Auch irgendwas Karbei-mäßiges vermutlich. Kenn ich aber nicht, keine Ahnung. Und da haben wir eine Schokolade. Mit Bling-Bling. Mit Bling-Bling, natürlich. Bei Tanja ist natürlich viel Bling-Bling. Ganz viele goldene Sternchen auf der Schokolade. Die ist auch ganz niedlich. Katze. Die verrückte Eule. Die hat mal wieder ihre 5 Minuten Rappel oder so. Wegen ihren Rollmaps. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja. Wir freuen uns ganz, ganz doll. Und die Tütchen sind auch ganz niedlich. Ja. Die werden auf alle Fälle auch aufgehoben. Ja. Bei uns kommt sowas nicht weg. Ja. Ich hoffe, das Video hat dir ein klein bisschen gefallen, obwohl das jetzt sehr improvisiert war. Und es braucht sehr froh. Ja. Ganz, ganz lieben herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.